Wo? Gleich vor uns, direkt vor uns. Einen habe ich jetzt hittet. Jawoll. Hier bin ich. Ich bin auch schon am Start. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das nächste Black Ops 4 Video steht an. Heute ein paar Highlights aus den letzten Black Ops 4 Streams, die ich mit Steve zusammen erspielt habe. Da ist ein bisschen was Cooles bei rumgekommen. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Viel Spaß beim Video. Über einen Daumen würde ich mich wie immer sehr freuen. Ein Abo und ein paar Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß. Ciao. Völlig bescheuert. Ach stimmt, das ist nicht der Ding. Ich glaube, das war nicht hoch genug. Ja. Ist mir aber auch gerade so in den Sinn gekommen. Wo? Direkt vor uns. Warte mal, ja. Der Pferd wahrscheinlich. Nee, ist nicht die Brücke. Boot. Hm? Ja, das war wahrscheinlich ein Boot. Gut. Wollen wir jetzt hier geradeaus auf 60? Oh, hier. Ich habe mal ihn gelegt. Das war einer, aber da fehlt noch einer, weil der konnte wiederbelebt werden. Der Richter ist mir noch nicht. Hier, hier. Ich habe ihn schon, alles klar. Ich kläre, das ist alles kein Ding. Die schießen auch hinter uns noch, aber wir müssen los eigentlich. Der fahrt nicht bis mit Bluten. Nee, halt Schritte. Ich weiß nicht genau wo. Wir müssen ans Treppenhaus. Komm bitte mit. Ich bin da. Ich höre nichts. Doch, nee, nee. Ich habe das, die Perks in mir. Ach so. Ich meine nicht, dass es meine Schritte waren. Nein, richtig nicht. Schritte sind immer noch da. Ich habe es gehört. Ich höre sie. Ich bleibe im Treppenhaus. Sind das deine Schritte? Von wo kannst du hier noch irgendwie anders durchkommen? Wer ist hier mit dem Lift? Da gibt es einen Aufzug. Das ist einfach gemeinsam ein bisschen laufen. Gucken langsam. Ja. Können wir auch die Etage hoch oder runter gucken. Das sind zwei auf jeden Fall. Ja. Na ja, vielleicht sind sie eine Etage unter uns. So was, ja. Wo bist denn du? Komm, hier, hier im Treppenhaus. Du hast mich umgelegt. Ja, du bist mir direkt vor der Flinte gelaufen. Da kommt der andere, oder? Nee, noch nicht. Da, der ist in der Ecke. Hab ich. Gut, ich musste mich hier heilen. Ich konnte hier nicht. Der hat mich nicht einmal getroffen. Oh, der hat ein Schild mit dabei. Lass es mal hier weiter bluten, oder? Ja, kommt doch noch kurz so. Ich hab jetzt Stufe 3 Rüstung. Geil. Hier ist nochmal Panzerung Stufe 3 drin. Hier in der Kiste, wo ich bin. Ich hab noch ein Traumakit. Das machen wir aus nach unten. Vorratslieferung unterwegs. Ähm. Ach so, du bleibst schon weiter. Okay. Ich lass das ja mal nach hinten gehen. Wo? Gleich vor uns. Direkt vor uns. Einen hab ich gewissiert jetzt. Jawoll. Hier bin ich. Ich bin doch schon am Start. Na, der eine war übrigens low schon. Der Lappen. Ach so, ich kann. Ach, ich will keine Sniper. Sniper stimmt. Ich geh mal eins runter. Äh. Quad. Irgendwo. Was hab ich denn eigentlich? Ey, mit dem Grappling Hook hab ich vorhin so einen geilen Move gemacht und den Gegner gekillt. Gegner steckt gleich aus. Schuss auf 315. Na, ist der ausgestiegen? Der fährt weiter. Ne. Gibt's nicht weiter fahren. Ähm. Warte mal. Ich will nochmal kurz. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Hm. Hauptfunk Visier. Oh, hier sind Zombies. Bist du völlig behindert? Wo bist du? Bist du das mit dem Zombie? Ja, na, der ist angelaufen gekommen. Soll ich auch keine Munition machen für die Dings? Deswegen. Oh, hier sind Schotterräger. Alter, was ist denn hier los, Junge? Lass uns mal hier in das Haus gehen. Wenn da vielleicht noch der blaue Schein. Vielleicht ist da noch diese komische Elienkiste. Elienkiste? Zombie-Kiste. Elienkiste, stimmt. Da kann es auch nicht stunden. Hier kommt ein Zombie, Alter. Warum sind das so? Muss die Deutschen nicht mich sonst büßen? Oder machen die nichts? Kommst du mal hier hoch aufs Dach? Hier ist noch Panzerungstufe 2. Hier ist die Kiste. Die ist aber verschlossen. Ich weiß nicht, was man da machen muss. Muss man da noch ein paar Zombies töten für? Wie komme ich denn da hoch? Muss ich da hinten raus? Nee, hier drinnen. In dem Gebäude ist eine gelbe Treppe. Hier. Hier. Äh, Leiter meine ich. Hier. Ach so. Warte, die Panzerung ist hier hinten. Hier. Und ich glaube, äh, uns haben sie ein Visier. Und hier ist die Kiste. Da ist ein Teddybär drauf. Ich weiß aber nicht. Wo? Ey, hier hat einer diesen komischen Affen. Lass uns runterspringen. Da kommen Zombies. Ja, da oben ist noch einer. Wir müssen runter, Kasper. Wir müssen runter, wir müssen runter. Sofort rein. Ich habe schon einen Down. Ich habe einen Down. Ich habe einen Down. Ich habe einen Down. Und der hat kein Teammate mehr. Wir sind auf einen Seiten jetzt. Mate, äh, Kasper, hinter uns kommen jetzt auch gleich noch welche. Und überall kommen welche. Meinst du Gegner oder Zombies? Gegner. Gegner. Richtig Gegner. Warte, ich muss nachladen. Bleib kurz chillig. Oh, das ist gut. Ja, siehst du die Gegner? Ja, 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 alles klar. Warte, ich habe mal Luthoff Cocktails. Schießt du? Ja. Warte mal kurz. Lass uns mal kurz durch, Alarm. Ja, heizig sind alle beide. Stehen sie sich aus. Einer bleibt da und einer geht links. Ja, ich sehe es. Hey, nimm mal den Shuttle weg. Entschuldigung. Den hätte ich so schön holen können. Sorry. Alles gut. Oh Mann, das ist dein scheiß Problem. Wo sind die ungefähr? Die sind auf dem Hügel, 520. Ah, die sind weiter bergauf gelaufen. Scheiße. Na, die brauchen wir jetzt auch nicht versuchen zu holen. Das macht keinen Sinn. Warte mal, ich gehe jetzt noch mal aufs Dach und gucke, ob die Kiste offen ist. Oh, die Kiste ist offen. Nein. Jetzt ist sie weg. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht mit der Kiste. Hier ist eine Rüstung. Die nehme ich mal, weil meine Stufe 2 ist fast kaputt. Also, wir werden ja garantiert nicht alleine sein, also bin ich mir fast sicher. Ich gehe weiter. Moped kommt an. Ja. Bist du oben oder unten? Und unten. Moped ist da, ist raus, eine einzelne Person. Weiser gewandt. So, ich habe jetzt noch ein Raketenwerfer. Meine Titan ist nämlich fast alle. Was ist der Hades? Ach du Scheiße. Hades ist eine Spezialwaffe. Wollen sie jetzt schossen? Für wo? Keine Ahnung. Oh Gott, ich habe einen leichten Handbrenner. So. Oh. Hier. Bei mir. Ja, ja. Der ist down. Also, der ist auch down. Ja, ja. Hab beide. Ich habe die nächsten schon. Gut. Wollen wir hin, Casper. Warte. Mit dem Liedern. Können wir ja machen, wir können es ja versuchen. Ja. Ach, du läufst schon. Na, der ist jetzt down, da haben wir unsere Ruhe. Halt, warte. Was, was, was? Wo kommt es angefangen? Der ist noch zu weit weg. Na ja, der ist schon down. Ach da, ich sehe es schon. Ja, ich sehe es auch. Lass uns einfach an der Seite vorbeilaufen, bevor sie uns sind. Hat uns noch nicht gesehen. Na, ich will da jetzt drauf. Ja, na dann. Ich bin hinter dir. Ich gehe von der Seite rein. Oh, hat er nicht geschossen, Alter. Einen habe ich. Einer ist komplett down. Oh, hinter uns. Wir müssen schnell in die Scheune rein. Das war unbedingt. Ja, ist doch gut. Ich bin doch schon. Die kommen hinter uns noch bei Norden. Einen habe ich. Ich bin gleich rein gerannt, Gesper. Ja, wo? Von wo? Von wo? Da. Norden oder die laufen jetzt rumrum. Ah, mich scheiße. Warte mal, ich muss mich erst mal selber heilen. Ist der Gunstown? Alter. Vorsicht. Come on. Der lebt noch. Der ist da rum. Schaffe ich es einen zu looten? Nee, mach es besser erstmal nicht. Warte. Ich wusste es doch, hier drinnen sind sie. Scheiße. Hast du alle beide? Alle beide? Wie viele waren es? Brauchst du das? Wir sind gut in der Zone. Das ist sehr schön. Dann machst du die Scheiß Tür zu, du Bastard. Oh ja, ein Rundpunkt. Wir sehen den wir natürlich auch mit. Ich habe den ersten. Der zweite wird bestimmt. Hast du? Ey, was ist das für eine krasse Waffe, Alter? Ja. Was hast du denn gerade für eine Waffe gehabt? Na, die Lichter, die Lachio. Na, ich will wissen, wie sie heißt. Na, die Lichter. Äh, taktische PK-7, eine Handkniffte. Hier rückt noch was drin, rechts. Hat er schon. Na, Jus. Oh, der fette Pamp hat der, Alter. Ich weiß, was alle bei Jules. Nein. Ja, hinter dir. Jetzt habe ich sie bei dir geholt. Oder du. Hier ist einer. Bist du am Start? Sehr schön. Boah, Alter. Der Maid wird bestimmt irgendwann runterkommen. Wie der? Ich will hier auch irgendwo landen. Landen? Aber das Farm, Leute, hier rein. Und wo müssen wir sind ja? Ohne Leute, ich lasse mich von euch abknallen. Also hier waren auf jeden Fall welche drin. Hier sind zerbrochene Scheiben. Oh, ich sehe einen. Direkt vor mir. Ist er da unten, ne? Nee, 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 nee. Der Maid kommt da noch. Ich habe mir auch hier das. Einen habe ich. Ab dem zweiten. Sehr schön. So muss das laufen. So muss das laufen.